Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du da bist, dass du auch zu den Menschen gehörst, die bewusster werden wollen und dir auch Verbindung zu ihrer geistigen Begleitung erhalten wollen oder es bereits haben und du magst es vielleicht verstärken. Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Channeling-Kongress, für das, was die Menschen da im Hintergrund alles leiten, was die Technik anbelangt und so weiter. Unglaublich. Also hier noch einmal vielen, vielen Dank an euch, dass ihr das tut, dass ihr uns das ermöglicht und nicht nur uns Menschen, sondern auch der geistigen Welt. Denn auch die geistige Welt ist sehr froh darüber, dass sie auf diese einfache Art und Weise, sage ich jetzt mal, viele Menschen erreichen kann. Und auch Menschen erreichen kann, die nicht wollen, dass man weiß, dass sie anders sind, bewusster leben, mit der geistigen Welt Kontakt haben. Denn es gibt noch immer Menschen und wird es wahrscheinlich auch immer geben, die lieber im Hintergrund bleiben. Und das ist vollkommen in Ordnung und darum bin ich so dankbar für diesen wunderbaren Kongress. Ich hoffe sogar, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, dass vielleicht nächstes Jahr der Kongress wieder auf eine persönlichere Art und Weise stattfinden kann. Ich glaube schon, dass die geistige Welt das ermöglicht. Okay, jetzt möchten auch sie dir noch etwas erzählen. Ich verbinde mich mit ihnen. Während dem Channeln habe ich meistens die Augen geschlossen, damit ich mich gut auf sie konzentrieren kann. Gut, und das mache ich jetzt mal. Bis gleich. Ja, so ist es. Absolut. Willkommen heißen wir dich auf einer neuen Ebene, in einer Frequenz, die du gerade beginnst, kennenzulernen. Und du brauchst nicht einmal bewusst etwas dazu beitragen, denn du hast schon Ja gesagt. Du möchtest dich verändern, möchtest deine Fähigkeiten erleben und leben. Du möchtest dein Leben da und dort verändern und das hat deine geistige Begleitung gehört. Deine Seele unterstützt dich und du kannst dir sicher sein. Absolut, dass du auf dem richtigen Weg bist, weil du deinem Herzen folgst, weil du deiner inneren Stimme immer mehr lauscht und vermergst, sie zu hören. Wir, die geistige Welt, schätzen dieses Tun, dieses Kongresses enorm. Weil Menschen zusammengeführt werden, die sich noch nicht kennen, nicht die Möglichkeit haben, sich zu treffen. Und so wird hier etwas genutzt, etwas verwendet, das viele Menschen vermag zu erreichen. Wer wir in Wirklichkeit sind, ist nicht wirklich wichtig zu wissen, denn deine Verbindung zu deiner geistigen Begleitung, von denen du dich verwöhnen lässt, das ist das, was zählt. Ja, wir, die geistige Welt, können euch Menschen immer mehr verwöhnen, so ist es, weil ihr immer mehr offen werdet. Für uns, der Schleier hat sich absolut gelichtet. Dieser ist bei weitem nicht mehr so vorhanden, wie er einst war. Da und dort wird er noch verwendet, doch im größten Teil ist er verschwunden. Wir bedanken uns bei den Menschen, die diesen Kongress anleiten, ermöglichen. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr tut. Was ihr tut, wonach euch ist, denn auch ihr nach dem Herzen handelt. Es ist wichtig, sich auf diese Art und Weise zu treffen, zu verbinden, zu verknüpfen, denn auf diese Art und Weise wird etwas verstärkt, dass ihr Menschen das erweiterte Bewusstsein, die Heilstruktur, Frequenz des Wachseins nennen könnt. So bleibe weiterhin der, der du bist. Ein lichtvolles Wesen befindlich in einem menschlichen Körper. Vajus, so hey, danke, danke dir. Vielen Dank. Danke, dass du zuschaust und noch einmal vielen Dank an den Channeling Kongress. Bis dann. Tschüss.